Dieser Clip zeigt Ihnen, wie Sie in einem Schritt sämtliche Fangreferenzen entfernen können. Er liefert außerdem Informationen zu den daraus resultierenden Veränderungen bei der Escape-Sequenz in Archicad. Es ist möglich, während der Erstellung und Bearbeitung von Elementen sämtliche Fangreferenzen vom Bildschirm zu entfernen. Sie brauchen dazu nur die Taste Escape auf Ihrer Tastatur zu drücken und alle als Fangreferenzen markierten Elementknoten und Kanten werden deaktiviert und Ihre Hervorhebung wird rückgängig gemacht. Da dieser Vorgang mittels der Taste Escape durchgeführt wird, ändert sich die Escape-Sequenz. Unter Escape-Sequenz verstehen wir die verschiedenen Schritte und Vorgänge, die mittels des mehrfachen, aufeinanderfolgenden Drückens der Taste Escape während der Erstellung oder Bearbeitung von Elementen durchgeführt werden. Nun ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben einen Bereich mit dem Markierungsrahmen festgelegt. Die Elemente sind auch schon ausgewählt. Das Objektwerkzeug ist aktiviert. Wir sind gerade dabei, ein Objekt zu ziehen. Wir haben ebenfalls Elementknoten oder Elementkanten als Fangreferenzen markiert. Die Koordinate x ist festgelegt. Und wir haben damit begonnen, im Tracker Werte einzugeben. Dieses komplexe Beispiel zeigt die aufeinanderfolgenden Schritte der neuen Escape-Sequenz. Wenn wir die Escape-Taste zum ersten Mal drücken, verlässt das Programm den numerischen Input innerhalb des Trackers. Beim nächsten Drücken der Escape-Taste wird die Koordinaten- oder Winkelfestlegung entfernt und unser Cursor kann sich nun wieder frei bewegen. Mit dem nächsten Drücken von Escape werden alle Hervorhebungen von Fangreferenzen entfernt. Dies ist der neue Teil der Sequenz. Mit den folgenden Escapes wird der Schritt Elementbearbeitung gelöscht. Die Auswahl aller ausgewählten Elemente rückgängig gemacht. Der Markierungsrahmen entfernt. Und auf das Pfeilwerkzeug zurückgegangen in dieser Reihenfolge. Natürlich werden nur diejenigen Schritte der Sequenz durchgeführt, die jeweils erforderlich sind. Wenn zum Beispiel das Pfeilwerkzeug aktiviert ist, mit dem wir begonnen haben, ein Objekt zu bewegen und einen Knoten als Fangreferenz zu markieren, werden nur drei Escape-Schritte durchgeführt. Mit dem ersten werden die Hervorhebungen bei den Fangreferenzen aufgehoben. Mit dem zweiten wird der Befehl Objektbearbeitung gelöscht. Und mit dem dritten wird die Auswahl des Objekts rückgängig gemacht. Das ist noch guts��cht. sich neugieriger. Es hat schnell genug Gurate möglich gemacht. Und jetzt geht das noch gut gut.